Natürlich geht's nicht darum, was du weißt. Es geht darum, wen du kennst. Das war ein Zitat von Draco Malfoy. Hi, ich bin Amber. Und ich bin Antonia. Und wir sind die Schokofrösche. Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist Draco Malfoy. Zum fünften Mal inzwischen, denn wir sind wieder bei Ein Buch, eine Folge. Und wir besprechen diesmal Draco in Der Orden des Phönix. Ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll. Ich weiß, was wir unbedingt noch sagen sollen. Und zwar ist unser Merch online. Das stimmt, das sollte man vielleicht sagen. Das haben wir uns ja eine ganze Weile vorgenommen. Und dann haben wir es irgendwie dann hingekriegt, dass man das jetzt kaufen kann. Ey, das ist so verrückt, Amber. Es ist so verrückt. Ich meine, der ist natürlich jetzt auch schon eine Woche. Ja, genau. Über eine Woche sogar schon online. Und es ist einfach so verrückt zu wissen, dass es Menschen da draußen gibt, die Sachen tragen, die wir entworfen haben, die für uns stehen, für unseren Podcast. Ja, genau. Ey, da kriege ich Gänsehaut, ey, wirklich. Ja, genau. Und an der Stelle können wir auch sagen, danke an alle, die bestellt haben. Ja, mega. Das ist schon echt richtig cool, dass es unterstützt uns. Und es freut uns einfach, weil wir die Sachen ja selber sehr gerne tragen. Und ich bin eh so ein Merch-Fan. Das hatten wir ja sowieso schon besprochen. Merkt man vielleicht auch daran, dass ich ein bisschen Harry-Potter-Merch angesammelt habe. Und da passt das natürlich auch sehr gut rein. Ja, voll. Und ich finde es irgendwie voll cool, weil man sieht ja jetzt auch so durch die Bestellungen, was gut ankommt, was viele Leute kaufen und so. Und ich finde, es deckt sich auch voll mit dem, was ich cool finde und was ich besonders mag. Das stimmt allerdings. Was magst du dann besonders? Ich finde diese beiden Frösche voll süß. Also das Motiv dieser beiden lilanen Frösche finde ich sehr schön. Das ist halt so ein bisschen classy, ein bisschen unauffälliger. Und was ich richtig witzig finde, ist halt, ich bin ein Schokofrömer. Das ist aber ein Insider. Ja, genau. Das finde ich aber bei beidem ganz schön, dass es halt beides sehr unauffällig ist und man jetzt nicht so quasi wie ein Werbeblock rumläuft, sondern das halt so ein bisschen versteckt ist. Dezenter. Also ich bin ja für Werbeblock, deshalb finde ich alles mit Logo extrem gut. Ja. Ich weiß nicht, ich mache das gerne. Also ich trage ja auch Band-Shirts und so und dann passt da ein Schokofrosche-Hoodie zum Beispiel. Den finde ich besonders toll. Passt der perfekt in meine Sammlung und der ist auch schön kuschelig weich. Boah, der ist so kuschelig wirklich. Und wenn die Bestellungen bei euch angekommen sind, also wir verschicken das nicht selber, sagen wir vielleicht an der Stelle. Und das kann dauern, je nachdem wie dieses Versandzentrum und der Druck bei denen, wie schnell das bei denen vorangeht. Da haben wir leider keinen Einfluss drauf. Aber wenn die Bestellungen bei euch angekommen sind, dann schickt uns doch gerne über Insta auch ein Bild, weil das würde mich mega interessieren. Ja, verlinkt uns auch gerne, also unseren Insta-Account. Und dann können wir das nämlich auch reposten. Ja, wirklich richtig cool. Also wir werden das alles sehen dann. Ja. Vielleicht sehen wir ja mal auf der Straße jemanden, der das trägt. Das wäre so verrückt. Ich schwöre dir, also das verspreche ich euch wirklich, wenn ich jemanden auf der Straße sehe, der unseren Mönchern hat, dann gehe ich persönlich hin und oute mich und sage, ähm, das ist von mir. Entschuldigung. Das bin ich. Hallo. Entschuldigung, bitte. Soll ich das signieren? Ich habe hier ein Edding dabei, zufällig. Dann mache ich den Beweis und sage, und ich bin Kretonia. Dann erkennt mich auch wirklich jeder. Ja, klar, natürlich. Das stimmt wohl. Ja, auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Ihr findet den Link unten in der Beschreibung. Und in den Insta-Highlights. Genau. Und schaut euch da gerne einfach mal um. Dann kommen wir jetzt zu Draco Malfoy 5. Schuljahrs. Das ist das Buch der Orden des Phönix. Und, ja. Okay. Toll. Ich glaube ja persönlich, dass dieser Sommer kein schöner Sommer für Draco ist, weil wir erinnern uns, Dracos Vater war zuletzt auf dem Friedhof, wo Voldemort geplant hatte, Harry umzubringen, was natürlich nicht geklappt hat. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, steht Lucius enorm unter Druck. Denn Lucius unterstützt ja Voldemorts Ansichten und findet die Welt, wie Voldemort sie verspricht, ja super klasse. Aber er hat ja bisher ohne Voldemort in den letzten Jahren ein sehr bequemes Leben geführt. Und das will er ja eigentlich nicht aufgeben. Und jetzt wäre es natürlich viel zu früh, um sich öffentlich zu outen, dass man Voldemorts Supporter ist, weil Voldemort hält sich ja bisher im Hintergrund. Aber da es ja Zeugen gibt dafür, dass er da war, ist es natürlich auch so ein bisschen brenzlig für ihn geworden. Und natürlich muss Lucius so ein bisschen so ein Doppelleben führen, weil er muss Voldemort natürlich gehorchen. Er muss natürlich Befehle ausführen, wenn es welche gibt. Auch Informationen ausplaudern, die er ja im Laufe seiner letzten Jahre im Ministerium ja womöglich auch gesammelt hat. Aber er muss ja nichtsdestotrotz sein Gesicht wahren. Er muss seine Beziehung im Ministerium ja weiterhin festigen. Und das eben, obwohl Harry ja allen erzählt hat, dass Lucius eben auch auf dem Friedhof war. Aber da haben die Malfoys ja Glück, denn es glaubt ja kaum jemand Harry und Dumbledore. Ja, und das ist wahrscheinlich auch Dracos Glück, weil er das sich dann wahrscheinlich mit fremden Federn, also mit denen seines Vaters wieder schmücken kann. Wahrscheinlich hat er eine relativ große Klappe, währenddessen sein Vater vielleicht versucht, Schadensbegrenzungen zu betreiben. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass Draco so nicht so richtig wieder weiß, was geschieht. Ja, ich glaub auch. Er hat diese ganzen Informationen, weil die reden ja wahrscheinlich wie immer beim Essens-Tisch wahrscheinlich darüber. Ja, aber nicht mit Draco, sondern wieder miteinander. Und Draco kriegt es halt immer so mit. Genau. Und der versteht, der kann das dann wieder nicht richtig einordnen. Und hat dann Informationen, die er nicht verstehen kann. Und versteht dann diese sehr brenzlige Situation vermutlich nicht komplett richtig. Der arme Junge an der Stelle, aber das ist halt ein Malfoy zu sein. Das ist der Preis. Ja, genau. Und ich denke schon, dass es so ein bisschen angespannter ist zu Hause. Also das wird Draco ja schon gecheckt haben. Er wird wahrscheinlich auch mehr einstecken müssen, weil er vielleicht ja auch nicht mehr wirklich alles in den Arsch geschoben bekommt. Und vor allem nicht ja auch die ganze Aufmerksamkeit, die er vorher als Einzelkind ihr zu Hause genossen hat. Und jetzt sind aber Sorgen im Haus. Und die brauchen eben auch Aufmerksamkeit. Und ja, das passt Draco ja vielleicht auch nicht so in den Kram. Aber vielleicht ist Narzissa dann ein bisschen überfürsorglicher und stopft ihn mehr mit Süßigkeiten voll. Ja, vielleicht, um ihn auch so ein bisschen still zu kriegen. Ja, oder um ihr schlechtes Gewissen, das sie selber hat, damit zu beruhigen. Es gibt ja so Mütter oder Eltern allgemein, die dann die Kinder irgendwie mit Geschenken und Materiellem ihr eigenes schlechtes Gewissen wegkaufen. Weil dann sagen sie, ja, ich habe ja alles für dich getan. Ich habe das, das und das für dich besorgt. Und ich habe immer geschaut, dass alles gut ist. Ja, genau. Aber eigentlich fehlt es auf der emotionalen Ebene komplett. Und das wäre der wichtigere Teil gewesen zu dem Zeitpunkt. Und wahrscheinlich ist es in dem Sommer, könnte ich mir vorstellen, ist es ein bisschen so. Ja. Und es gehen vielleicht auch Leute ein und aus, die vorher nicht so oft da waren. Dass dann häufiger mal so eine Besprechung ist oder so. Ja, und Lucius ist vielleicht ja auch öfter weg, weil er eben Ja, oder so. Jetzt auch noch zusätzlich mehr zu tun hat. Aber ein kleiner Trost ist ja auf jeden Fall für die Familie, dass Draco Vertrauensschüler wird. Das ist für seine Eltern bestimmt toll. Frage ich mich auch, wieso wurde das in Hogwarts überhaupt erlaubt, wenn man doch gerade erfahren hat, Lucius ist womöglich ein Todesser. Ich meine, das wird ja wohl auch an die Ohren von Dumbledore kommen und er kann ja ein Veto einlegen. Das wissen wir ja, weil das macht er bei Harry. Also wir wissen, Snape entscheidet das. Aber Dumbledore hat noch ein Vorrecht und kann dann sagen, nee, möchte ich nicht. Wir nehmen jemand anderen. Andererseits, Crabbe und Goyle waren auch auf dem Friedhof. Nott war auf dem Friedhof. Außer Sabini Blass gibt es irgendwie niemanden. Zumindest niemanden, den wir kennen. Ja, der es noch werden könnte. Nee, dann weiß ich auch nicht, was Dumbledore sich gedacht hat. Vielleicht wollte er auch einen Malfoy da raushalten. Weil wenn Draco jetzt kein Vertrauensschüler geworden wäre, was aber ja absehbar war, dass er das wird. Ich meine, ich glaube, dass keiner von den anderen eine Chance gehabt hat. Ja. Vielleicht, wenn Dumbledore sich da so komisch eingesetzt hätte, dann hätte das vielleicht Schikane bedeutet oder hätte man ihm vorgeworfen und vielleicht hätte das ein größeres Fass aufgemacht als notwendig und deshalb hat Dumbledore gedacht. Ich spare mir das jetzt hier den Trara um Draco. Das interessiert mich eigentlich eh nicht, was mit dem Burschen ist. Also lassen wir es, wie es ist. Ja, das kann durchaus sein. Aber ich denke, dass im Hause Malfoy man erwartet hat, dass Draco Vertrauensschüler wird. Und ich denke auch, dass seine Eltern schon stolz sind. Und ich denke, besonders Narzissa wird das sein. Ich denke auch, dass sie ihm materiell da entgegengekommen sind. Also für diesen Posten gab es bestimmt auch irgendwie ein tolles Geschenk, irgendwas supermäßiges. Also ich denke, dass er da irgendwie belohnt worden ist. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Lucius jetzt, also der wird nicht in die Luft gesprungen sein. Es würde eine sehr kühles, eine sehr kühle Unterhaltung gewesen sein. Toll gemacht, Junge, oder so. Ja, genau. Also ich weiß nicht mal, ob der toll gemacht sagen würde, sondern einfach, vielleicht hat er auch nur genickt, anerkennt, genickt, weißt du, so über den Tisch rüber. Oder sowas wie, das war ja zu erwarten, Draco. Ja, genau. Aber Draco nutzt natürlich auch die Gelegenheit, um sich zu präsentieren und zwar wieder im Hogwarts Express. Da kann er es sich natürlich wieder nicht nehmen lassen, Harry und seine Freunde im Abteil zu besuchen. Das erwartet ja sogar Harry und es wundert wirklich niemanden mehr. Nicht nach den letzten Jahren. Ich glaube, es gibt kein Julia, wo Draco nicht bisher in den Abteilen rumspaziert ist. Na genau, weil als Draco Harry dann erblickt, da feikst er dann auch so, weißt du, das ist auch so super random eigentlich. Du kommst da rein und also weiß ich nicht. Und Harry, weil du ja schon gesagt hast, Harry erwartet das, kommt Harry ihm nämlich direkt zuvor und fragt so, was gibt's eigentlich hier so? Und ich weiß nicht, womit Draco gedacht, also wie er gerechnet hat, wie auf ihn reagiert wird, weil Draco gefällt es eigentlich nicht, dass Harry da so vorprescht. In dieser Unterhaltung, die, glaube ich, Draco starten wollte, um eben nochmal herauszuarbeiten, was für ein toller Typ er ist. Dann droht er nämlich Harry sofort mit einer Strafarbeit, weil er ist ja jetzt Vertrauensschüler und da kann man mit so einem neuen Druckmittel natürlich ordentlich Gas geben und sich so ein bisschen profilieren. Aber das ist halt so, ich finde es so ein bisschen armselig, muss ich ehrlich sagen. Tut mir leid. Es ist total traurig und er selbst findet das natürlich wieder total lustig, dass Harry kein Vertrauensschüler geworden ist und das ist für Malfoy natürlich so ein kleiner Triumph. Wir wissen ja, er muss sich ständig vergleichen und da trifft er bei Harry ja auch ins Schwarze, weil Harry beschäftigt das ja tatsächlich auch, dass er es eben nicht geworden ist. Auf der anderen Seite denke ich mir so, was hat Draco damals? Könnte ihm auch einfach egal sein, theoretisch. Das ist überhaupt, also schon diese ganze Unterhaltung ist so richtig unnötig. Ja, aber es zeigt, finde ich, schon nochmal so die Schwäche von Dracos Charakter, weil, wie du gesagt hast, wenn man mit sich selbst im Reinen ist, dann ist man ja nicht neidisch, weißt du, dann muss man auch nicht schadenfroh sein. Und jetzt ist eben, normalerweise kennen wir das ja von Harry. Harry hat immer den Schritt vorne, er ist immer derjenige, der doch schneller den Schnatz fängt, er ist doch derjenige, der entwischt, der irgendwie immer davon kommt und so. Der konnte Malfoy damit ja immer irgendwie eins reinwürgen als Reaktion auf Dracos fiese Aktionen. Und jetzt ist es eben so, dass Draco zum ersten Mal die Nase vorn hat und da zeigt er eben seinen schwachen Charakter, indem er sich ja so darüber freut, dass er eben jetzt der Bessere quasi ist. Anstatt, wie du es schon gesagt hast, einfach zu sagen, jo, juckt mich nicht so. Es sind ja auch 200 andere Schüler nicht Vertrauensschüler geworden. Da muss er sich jetzt darauf beharren, dass es jetzt genau Harry nicht geworden ist. Aber auf der anderen Seite ist es Ron geworden und das ist ja jetzt auch keine Person, die Draco da in diesem Amt akzeptieren würde. Also ich meine im Prinzip... Genau, er setzt sich dann mit Ron auf einem Niveau. Ja, dabei findet er Ron ja genauso scheiße wie Harry. Genau, deshalb gehe ich... Also eigentlich gewinnt er, auch wenn er denkt, er würde diese Situation gewinnen, tut er es aber eigentlich nicht. Nee, das stimmt. As usual, ne? Also man kennt das ja schon. Ja, kennt man ja. Ja, und dann lässt Malfoy ja auch noch so einen Satz fallen, dass er Harry auf den Fersen bleibt wie ein Hund. Und das ist dann so ein bisschen so ein Spruch, der alle so ein bisschen überlegen lässt, weil Sirius hat Harry ja kurz vorher zum Gleis begleitet als Hund. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, hat Draco den erkannt? Wissen die, dass er ein Animagus ist und so? Wo ich mir so denke, naja, eigentlich weiß das ja keiner, dass er ein Hund Animagus ist. Wahrscheinlich ist es ja auch einfach nur ein blöder Satz von Draco. Wobei diese Vermutung, dass Lucius Sirius erkannt hat, ja, das kommt ja später nochmal raus. Wo ich mir aber auch so denke, ja, hä, woher? Ja, aber gut. Das ist auf jeden Fall so was, was so ein bisschen problematisch ist. Aber ich denke, wenn Draco das wirklich hier schon gewusst hätte, dann hätte er mehr darauf rumgeritten. Dann hätte er das ganz anders nochmal betont oder so. Und deswegen glaube ich hier wirklich, dass er so per Zufall ins Schwarze getroffen hat. Ja, und dann merkt er vielleicht dieses Stocken von Harry und seinen Freunden und denkt dann so, oh, ich habe ihn Angst gemacht. Aber eigentlich ist es gar nicht, also es ist ja eine ganz andere Angst, als die Draco dann zu dem Zeitpunkt wahrnehmen kann. Aber Malfoy bringt es ja auch ein bisschen zum Kichern, was ich auch für so. Wer kichert denn eigentlich? Und dann versetzt er Harry noch einen bösen Blick, das ist ganz wichtig, und geht dann mit Crabbe und Goyle davon. Ständig dabei ist ja auch Pansy, die ja anscheinend jetzt eine enge Begleiterin ist von Draco neben Crabbe und Goyle. Sie ist ja auch mit ihm Vertrauensschülerin geworden. Also nochmal so ein bisschen so ein Couple-Fokus, den Snape hier gesetzt hat. Genau, das war bestimmt Snapes spickster Punkt. Boah, das war so ein kleiner Amor. Ja. Ja, also ich glaube schon, dass Draco jetzt vielleicht so ein bisschen auch diesen Hinweis von seinen Eltern verstanden hat, dass sie ja auch durchaus eine gute Partie für ihn sein könnte. Und er, wir hatten das ja eigentlich schon im letzten Schuljahr, dass er eigentlich ja noch nicht so breit ist. Ich glaube auch, dass es in diesem Schuljahr auch noch nicht wirklich sein Fokus ist, auf Frauen zu achten, weil er einfach noch so sehr mit Harry beschäftigt ist, dass er sich dafür noch nicht öffnen kann. Aber ich glaube, er akzeptiert sie jetzt eher. Ja, das kann sein. Weil sonst wäre man ja hier in einem Alter, wo man sagt, ah nee, Mädels, muss jetzt auch nicht. Oder man sagt eben, jo, die sind interessant. Aber ich glaube, es ist beides nicht bei Draco, sondern es ist so ein, naja gut, meine Eltern fänden das okay und so schlimm ist sie ja nicht. Ja. Ja, oder es ist halt, es ist ja bei Teenagern manchmal, das ist so ein bisschen so der Gruppenzwang. Er sieht, andere formieren sich da schon irgendwie beziehungstechnisch und dann denkt er so, ja, vielleicht muss ich das auch machen, aber ich bin da bei deiner Meinung, also fühlen und bereit dafür sein. Nee, glaube ich auch nicht. Am Bahnhof angekommen, benimmt er sich natürlich auch nicht besser, denn Draco schikaniert erst mal ein paar Erstklässler, einfach nur zum Spaß, denke ich. Das ist auch so das, was Harry aus dieser Situation herausliest. Genau, und es wird ja nicht besser, weil kurz vor den Kutschen stößt er dann ein paar Zweitklässler aus dem Weg, damit er mit seinen Freunden eben alleine eine Kutsche für sich hat. Das ist natürlich auch, was als Vertrauensschüler absolut zu rechtfertigen ist, aber sind wir mal ehrlich, er ist ja nicht der Einzige, der da seine Macht immer ausnutzt, weil Ron macht das ja eigentlich genauso und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass auch James Potter das zum Beispiel gut für seine Zwecke genutzt haben wird. Vermutlich, ja. Dann steht ja auch schon das Willkommensfest an und der Hut hat ja dieses neue Lied mit der Warnung und ich bin mir ziemlich sicher, dass Draco auf gar keinen Fall bereit ist, sich mit allen der anderen Häuser zusammenzuschließen, so wie der Hut es ja eigentlich empfiehlt, dass man in Zeiten wie diesen zusammenhalten soll. Ich glaube, dass es nicht per se ein Slytherin-Ding ist, dass die das ablehnen, also schon aus Gruppenzwang schätze ich, aber so ein einzelner Slytherin, denke ich, wäre, glaube ich, auch für die Unterstützung anderer Häuser schon auch froh, aber ich denke, dass er das allgemein für sich ausschließt. Ja, denke ich auch. Genau. Das ist für ihn noch absurder als für das Trio. Also er würde niemals, alleine weil er eben diesen Reinblutgedanken so in sich trägt, niemals auf die Idee kommen, Freundschaft mit einem Gryffindor, der irgendwie Muggelfreund ist oder mit einem sehr toleranten Hufflepuff oder so, würde er niemals in Erwägung ziehen, sich anzufreunden. Vermutlich nicht, nee, schlimm genug. Ich habe mich auch gefragt, ob Draco vielleicht vorher schon wusste, dass Umbridge ins Ministerium geschickt, also vom Ministerium geschickt worden ist. Ja, bestimmt, oder? Ja, weil ich könnte mir gut vorstellen, dass so eine Neuigkeit, dass Hogwarts infiltriert wird, ein bisschen böse ausgedrückt, aber ich würde sagen, so nennen, so stimmt es wenigstens, dass Lucius das einfach schon aufgeschnappt hat im Ministerium und dass er da auch vielleicht ganz offen mit Fudge drüber gesprochen hat, könnte ich mir auch vorstellen, dass vielleicht auch viel Input von Lucius kam und dass sie das halt auch zu Hause besprochen haben. Er hat das bestimmt unterstützt. Ja, genau, und dass Draco diese krasse Änderung einfach auch schon wusste im Vorhinein. Wir wissen ja, Draco macht sich das ganze Jahr über lustig über Harry und seine Freunde, das liebt er ja, ob er jetzt Harry auslacht, als dieser von Snape runtergemacht wird oder ob er Hermine nachmacht, wenn diese sich meldet, also es ist einfach immer nur so Kindergartenblödsinn und seine Freunde finden das natürlich alle immer super lustig. Das ist ja aber eigentlich einfach nur albern und langsam auch echt öde geworden. Da denke ich mir immer so, lasst dir mal was Neues einfallen, Brodi, weil das ist wirklich langsam ein bisschen ausgelutscht. Ja, ich habe hier nämlich auch noch gesagt, aber wirklich jetzt, wie kindisch muss man mit 15 noch sein? Ja, ist wirklich so. Im Unterricht Pflege magischer Geschöpfe behandeln sie Bowtruckle und da müssen sie sich anscheinend immer jeder einen nehmen und Draco nimmt sich natürlich den größten von ihnen. Weiß nicht, ob das ein Vorteil ist, keine Ahnung. Das kompensiert nur wieder die Kleinheit seines Charakters oder Gehirn, ja. Aber er amüsiert sich natürlich köstlich darüber, dass Hagrid von Professor Rauer-Pritsche vertreten wird und Draco macht natürlich wieder ominöse Andeutungen darüber, dass Hagrid vielleicht etwas zugestoßen sein könnte und dass er sich vielleicht nicht in Angelegenheiten eingemischt hätte, von denen er quasi nicht gewachsen war. Also ich weiß auch jetzt nicht, was Dracos persönlicher Maßstab ist, was ihn jetzt qualifiziert überhaupt ein Maßstab, zu haben und eine Meinung dazu zu haben. Ja, und da habe ich mich vor allem gefragt, also, dass er das jetzt weiß mit den Riesen, also ich glaube nicht, dass das hier... Das weiß er doch nicht. Doch, nein, Moment. Ich glaube, beim Anfang war das wirklich mit dem Hund, dass das so ein bisschen Glückstreffer war. Zufall. Aber das hier, dass er hier so betont, von wegen er ist dem nicht gewachsen, das glaube ich schon, dass er das weiß. Ach, du meinst wegen, ja. Und dann habe ich mich gefragt, warum? Weil ja, Dumbledore hat ja offenkundig zu Fatsch gesagt, wir müssen Leute schicken und damit die die Riesen umstimmen. Fatsch hat gesagt, nein, ich glaube schon, dass Lucius das vielleicht noch so mitbekommen hat. Und er selber weiß ja, was Voldemort plant mit den Riesen. Deswegen würde er ja Fatsch wahrscheinlich auch in dieser Entscheidung unterstützt haben, von wegen, ja, mach lieber nix. Der Dumbledore quatscht, nur Blödsinn. Vielleicht hat Dumbledore Fatsch hier angeboten, ja, ich könnte auch Hagrid mit Ministeriumsleuten mitschicken und so. Der hat einen gewissen Draht. Und dann hat Fatsch das auch dem erzählt. Und jetzt, wo Hagrid weg ist, ist klar, okay, dann muss Hagrid wirklich unterwegs sein. Oder wir wissen ja auch, dass Todesser auch bei diesen Riesen waren. Ja, ja, genau. Dadurch Lucius auch erfahren hat, dass Hagrid vor Ort ist. Aber ich finde es krass, egal wie auch immer Lucius davon erfahren hat, Draco hat es ja offenbar auch wieder irgendwie gehört, weil Lucius so super fahrlässig ist und alles immer bespricht, während sein minderjähriger Sohn dabei ist. Aber ich finde es auch wieder so dumm, dass Draco das hier wieder so droppt. Ja, total. Weil wenn wir sagen, okay, die einzige Option, dass Lucius das weiß, ist entweder über Fatsch, was ja dann ein Ministeriumsgeheimnis ist, oder über die Todesser, was bedeuten würde, Lucius ist ein Todesser, ist es wirklich dumm, dass Draco hier mit diesen Informationen umgeht, als wäre es ein Kaugummi, was man teilt. Aber das macht er ja immer so. Ja, eben. Ja, genau. Aber das macht er immer so, nur um sich persönlich selber zu profilieren und sich über die anderen zu stellen. Aber auf der anderen Seite muss man dazu sagen, dass ja höchstens Harry, Ron und Hermine mit den Informationen, die Draco da immer um sich wirft, das sind ja die einzigen, die diese Informationen einordnen können. Bei dem Zeitpunkt ja noch nicht, weil sie ja selber auch nicht wissen, wo Hagrid ist. Ja, aber andere Informationen, die ja so droppt, dann lachen seine Slytherin-Leute darüber. Aber eigentlich versteht ja keiner den richtigen Hintergrund. Das heißt, die Informationen, die er da so fahrlässig durch die Gegend schleudert, das können ja dann auch die anderen nicht richtig einordnen. Und er kriegt ja überhaupt gar nicht den Fame dafür, den er ja eigentlich erwartet, weil von Harry, Ron und Hermine ist ja nichts zu erwarten. Die feiern ihn ja nicht oder so. Also es hat nicht mal einen Sinn. Nee, eben. Wenn ihm schon reicht, diese Informationen auszuplaudern, um Harry zu provozieren. Aber eigentlich checkt keiner, was quasi im Hintergrund passiert, dann finde ich, ist das ein ganz schön niedriger Preis für einen hohen Preis, den sein Vater zahlen müsste, wenn da was ans Licht käme. Ja, genau. Weil es ja für Draco nicht mal irgendeinen Sinn hat, dass er das sagt, außer eben im Trio nochmal zu zeigen, ich weiß mehr als ihr. Ja, aber das ist total dumm. Ja, genau. Aber das reicht ja nicht. Nee, eben. Eigentlich, finde ich, ist der Preis zu hoch. Ja, voll. Und ich finde, dass es sehr leichtfertig ist und dass er da kein Feingefühl hat, nach wie vor nicht. Und er ist jetzt 15, er wird 16 und hat da nicht gelernt in den letzten Jahren. Das finde ich irgendwie immer ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Ja, ein ganz großer Spaß ist natürlich auch, dass Ron in die Quidditch-Mannschaft der Gryffindors kommt, worüber sich Malfoy natürlich erst einmal auslassen muss und weil er ja nichts Besseres zu tun hat. In diesem Jahr, wo die ja auch ZAGs schreiben, setzt er sich mit seinen Freunden, die ja einfach eh zu hohl sind, um die Prüfung überhaupt zu bestehen am Ende des Schuljahres, auf die Tribüne und guckt den Gryffindors beim Training zu, wo ich mir auch denke, also wirklich jetzt, die müssen eigentlich lernen und Draco hat eigentlich in den letzten Jahren genug gelitten darunter, dass Hermine immer besser ist als er. Ja, aber Hermine lernt ja auch 24-7 und wenn er vielleicht auch 24-7 lernen würde, hätte er auch die Chance, besser zu sein als Hermine, weil er ist ja nicht dumm. Aber dadurch, dass er seine Zeit immer so verplempert, indem er sich um die anderen kümmert anstatt um sein Business, ja, schön blöd. Ja, finde ich auch ganz komisch, vor allen Dingen, weil das so, finde ich, so unterste Schublade ist. Es ist einfach, also der Effekt, den er davon hat, der ist so klein, weil Angelina bei dem Training natürlich sagt, dass die Zuschauer bitte wie Luft behandelt werden sollen, aber ich könnte mir schon vorstellen, gerade bei Malfoy, er ist eh ein rotes Tuch. Da macht er sich nämlich über Rons Besen lustig und fragt dann, finde ich auch so ganz komisch, warum sollte jemand einen so schimmeligen alten Holzklotz mit einem Flugzauber belegen? Wo ich mir auch denke so, hä, das ist wieder so, ich, dieses, ich mache mich lustig darüber, weil die Ahnen sind, die haben nicht die neuesten Sachen. So, ja, okay, wir haben es jetzt wirklich, seit fünf Jahren hören wir uns das an. Ja, ist wirklich so. Es ist nicht lustig, aber seine Freunde, Crab Girl und auch Pansy, japsen und kreischten vor Lachen und so lustig finde ich es dann auch nicht mal, ja, also. Nee, das stimmt nicht. Und dann lässt Ron den Quaffel fallen und natürlich ist das schon ein bisschen lustig, wenn dein Plan war, ihn zu verunsichern und er dann wirklich sich verunsichern lässt, aber die brüllen und schreien vor Lachen, also es ist wieder wie im Affen zu Käfig. Im Pavian-Gehege. Im Affenhaus. Ja, genau. Also so richtig wilde Tiere-Style. Ja, genau. Ja, und Draco fällt dann natürlich auch noch ein, dass er schon sehr lang keinen Witz mehr über Harrys Narbe gemacht hat. Also fragt er Harry nach genau seiner Narbe und stellt fest, dass es für Harry wohl ein Rekord sein muss, weil er schon so lange nicht mehr im Krankenflügel war. Also ich würde sagen, er hat jetzt die Narbe gesehen und dann ist ihm eingefallen, oh, Harry ist ja öfter mal verletzt. Vor allem so lang ist es gar nicht her, weil das Schuljahr ist ja noch nicht so lang. Und am Ende des vierten, denke ich, dass Harry da durchaus war er ja noch. Und so ein Krankenflügel war. Also, naja. Wieder sehr dumm. Naja. Ja, Draco nutzt aber natürlich auch jede Gelegenheit, um vor Umbridge schlecht über Hagrid zu reden, damit er endlich seinen Lebenstraum durchsetzen kann, nämlich, dass Hagrid kein Lehrer mehr ist. und bei Umbridge scheint er ja auch an gute Hände geraten zu sein. Das ist ja ein bisschen paradox, habe ich mir nur überlegt, weil er durch seinen Vater ganz genau weiß, dass Voldemort zurück ist und er Umbridge ja aber darin unterstützt, genau diese Information zu verdrängen, was Voldemort ja wiederum in die Karten spielt. Aber Umbridge bestraft ja quasi jeden, der behauptet, Voldemort sei zurück und Draco sagt natürlich, ja, bin ich doch im selben Boot. Dann gibt es ja noch eine ganz eklige Stelle vor Zaubertränkeunterricht, bei der Draco damit angibt, dass er von Umbridge sofort die Erlaubnis bekommen hat, dass die Slytherins als Mannschaft weiter bestehen dürfen. Das ist ja eben eins dieser Erlasse, die sie da macht, dass die Mannschaften sich ja neu anmelden müssen und er gibt ja dann damit an, wie viel Einfluss er hat und dass ja auch Einfluss im Ministerium total wichtig ist und er macht sich dann wieder über Arthur lustig, der nach Dracos Wissen wohl bald gefeuert werden soll und er behauptet auch, dass er gehört hat, dass Harry bald in St. Mungus soll, um eine Behandlung zu bekommen, weil sein Gehirn durch Magie verwirrt ist. Ich meine, klar, er muss ja diese Geschichten, die Harry erzählt hat, unter anderem über seinen eigenen Vater, als Lügen abstempeln, sonst würde er ja seinen Vater belasten, aber dann zieht er ja so eine Fratze, sperrt den Mund auf und rollt die Augen, so als wäre er verrückt geworden und ich finde das eben so abartig, weil es ja tatsächlich Zauberer und Hexen gibt, die irreparable Schäden durch Magie erlitten haben. So ja zum Beispiel Neville's Eltern, der das Ganze ja auch noch mitbekommt und sich dann ja natürlich auf Draco stürzt oder besser gesagt stürzen will, weil er ja doch noch zurückgehalten wird. Aber ich finde es so taktlos und respektlos. Und ich meine, gut, Draco weiß es zwar nicht, aber ich finde es trotzdem drüber. Ich bin natürlich komplett deiner Meinung, das ist wirklich abartig. Und tatsächlich ist Malfoy einen Moment lang von Neville's Angriff erschrocken. Da hat er wohl echt nicht mit gerechnet. Ich glaube auch, dass Draco in dem Moment nicht so richtig die Situation umrissen hat. Nee, hat er auch nicht. Dass er nicht nur Harry damit treffen kann, sondern auch andere Mitschüler. Ja, das ist ihm natürlich nicht bewusst, weil so weit reicht sein Horizont nicht. Nee, genau. Also und Kollateralschaden ist ja sowieso nicht so sein Problem. Zuckt er ja auch nicht mit der Wimper. Aber ich finde es dann schon richtig, dass er dann doch mal einen Moment lang sich so denkt, hä, was jetzt hier passiert? Und das Gute für Draco ist natürlich, dass Snape in die Situation kommt. Und anstatt, dass Malfoy dann Punkte abgezogen bekommt für seine Gehässigkeit und seine ekelhafte Art, bekommt eigentlich nur Gryffindor zehn Punkte abgezogen. Klar, das war wieder super gerecht alles. Ich auch denke so ein, ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Dass Snape da aber nicht unparteiisch ist, das wissen wir leider. Das stimmt. Bald steht ja schon das Spiel Slytherin gegen Gryffindor an und Draco nutzt natürlich jede Gelegenheit, um Ron weiterhin zu verunsichern. Er zischt ihm dann zum Beispiel böse Sprüche zu und tut so, als würde er den Quoffel fallen lassen, um Ron so nachzumachen. Und das wirkt ja auch bei Ron, weil der wirklich super unsicher ist. Und das ist wirklich traurig, dass er sich da so beeinflussen lässt. Ja, irgendwie. Aber ich kann es auch ein bisschen verstehen, dass Ron da ein bisschen unsicher ist. Ich meine, gerade die Familie Weasley hat ja schon Vorarbeit geleistet im Quidditch. Und da will man natürlich auch die Fußspuren der älteren Geschwister irgendwie ein bisschen ausfüllen. Das kann ich schon verstehen. Ich weiß auch nicht, das ist ja auch immer die gleiche Leier, warum Draco das immer witzig findet. Ich weiß auch nicht, warum, also wie arschkriecherisch die ganzen Slytherins sein müssen, dass die da immer so tun, als ob die das lustig finden, was Draco sagt. Das kann doch nicht sein, dass jeder Slytherin das jedes Mal witzig findet. Ja, das stimmt. Ja, also deshalb, das kann ich mir nicht so ganz, das kann ich mir nicht so ganz vorstellen, wie das da immer funktioniert. Auf dem Spielfeld, also quasi kurz bevor das Spiel angepüffend wird, fällt Harry auf, dass Malfoys helle Haare im Licht schimmern. Ja, das stimmt. Das habe ich auch aufgeschrieben. Das ist sehr schön. Romantisch. Aber was noch auffälliger ist, sind diese kronenförmigen Abzeichen, die alle Slytherins tragen. Und das ist ja ganz offensichtlich Dracos Handschrift, der ja schon im Jahr vorher diese Anstecker mit Potter stinkt erfunden hat. Draco ist so ein kleiner Broschen-Fan, glaube ich. Der steht da so richtig drauf. Ja, und diese kleinen kronenförmigen Abzeichen sind natürlich symbolisch für dieses wunderschöne Lied, was Draco auch gedichtet hat. Ich weiß, ich habe vor nicht ganz so vielen Minuten noch gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass Draco sich mal was Neues einfallen lässt. Ja, und das hat er wirklich auch mal bedacht und sich etwas Neues ausgedacht. Denn er hat das Lied Weasley ist unser King gedichtet. Super. Es ist auch wirklich, es ist fantastisch. Es ist auch ein ganz lyrisch hochwertiges Gedicht mit Melodie sogar. Irgendwer muss ja auch eine Melodie dazu getan haben. Ja, genau. Ja, möchtest du den Text noch mal hören, weil ich habe ihn extra noch mal aufgeschrieben. Dann können wir den noch mal stilistisch analysieren. Ja, dann hau mal raus. Weasley fängt doch nie ein Ding, schützt ja keinen einzigen Ring. So singen wir von Slytherin. Weasley ist unser King. Weasley ist dumm wie ein Plumpudding, lässt jeden Quaffel durch den Ring. Weasley sorgt für unseren Gewinn. Weasley ist unser King. Also, man muss ja neidlos anerkennen, dass Draco schon kreativ ist. Saufies, aber kreativ. Ich weiß nicht, ob ich das neidlos anerkenne. Also, nee. Also, das ist auch nicht richtig formuliert. Du bist neidisch? Nein. Ja. Also, es ist doch neidlos. Ich erkenne das nicht an dieser Art, nee. Ach so. Okay. Also, ja doch. Also, Kreativität ist ja auch ein Slytherin-Trade. Ich finde schon, das kann man Draco jetzt nicht vorwerfen, dass er unkreativ ist. Mit seinen ganzen Ansteckern immer. Nee. Nein. Ich erkenne das trotzdem nicht an. Es gibt ganz viele grausame, kreative Arten und Weisen, Menschen zu schikanieren. Und in dem Fall ist das. Und dann erkenne ich die Kreativität, die Draco da auslebt, nicht an, in keiner Form, weder mit Neid noch ohne Neid. Und wenn ich neidisch wäre auf die Kreativität von Draco, dass er so toll ist und Broschen macht und so tolle Texte dichten kann und so tolle Geschichten zu erzählen hat, dann muss ich leider, nee. Also, es wird nicht passieren. Ich erkenne das so oder so nicht an. Ja, Dichter sollte er auf jeden Fall nicht werden. Ich weiß nicht, ob es an der deutschen Übersetzung liegt, aber ich glaube, im Englischen ist es auch nur unwesentlich schöner gereimt. Gewinn, King, Plumpudding, ich weiß nicht. Also, so richtig rund ist es nicht. Aber es ist schon eine neue Leistung, die sich Draco da ausgedacht hat und bringt ja trotzdem alles nix, weil Harry ist ja trotzdem besser. Zu Beginn des Spiels ist es ja auch so, dass Draco Ausschau nach dem Schnatz hält und er dreht so seine Runden über das Feld. Also, es ist jetzt irgendwie nicht so gleich klar, wo der Schnatz ist. Und während Draco seine Kreise um das Feld dreht, singt er natürlich auch wie die Slytherins auf der Zuschauerbank Weasley ist unser King mit. Ganz super. Und Harry hat dann die Strategie, Draco so ein bisschen im Auge zu behalten, weil er irgendwie so davon ausgeht, dass Draco, wenn er den Schnatz sieht, das so offensichtlich tun wird, dass Harry dann quasi auch weiß, wo der Schnatz ist. Ich könnte mir vorstellen, dass die Strategie eines Suchers aber eigentlich sein sollte, möglichst unerkannt den Schnatz zu sehen, um einen Vorteil zu haben dem anderen Sucher gegenüber. Weißt du, was ich mich noch gefragt habe? Ja. Ich meine, im letzten Jahr, als Quidditch war, hat Harry ja den Feuerblitz bekommen und hatte dadurch natürlich auch einen Vorteil gegenüber Draco. Im vierten Jahr war kein Quidditch, deswegen war das auch egal. Aber jetzt, warum hat denn Draco immer noch den Nimbus 2001? Hätte der sich nicht inzwischen auch upgraden können? Oder hatte Lucius dafür dann einfach keine Zeit mehr? Aber vielleicht, ich würde sagen, es ist jetzt nicht mehr die Zeit, nach solchen Geschenken zu fragen. Ja, wahrscheinlich, ne? Lucius hat doch keine Zeit mehr für Hogwarts-Genschiss. Ja, weil sonst könnte ich mir nicht vorstellen, dass Draco wirklich das akzeptiert hätte, dass Harry hier einfach einen Besenvorteil hat. Ja, das stimmt. Ja, weiß ich jetzt nicht. Und an Geld soll es ja nicht mangeln, ne? Ne. Schließlich sehen beide Sucher den Schnatz und nach einem Richtungswechsel hat Draco irgendwie die Nase vorn, greift dann aber einmal ins Leere und dann hat er quasi die Chance vertan und Harry hat jetzt die Nase vorn. Und dann ist Draco ganz erwachsen und kratzt Harry aus Verzweiflung über den Handrücken. Und da denke ich mir auch immer so, hä? Das ist wie wenn so zwei Kinder um die Puppe streiten und dann, ne? Ja, sehr wild werden. Aber, ja, weil Draco ist da die Chance quasi vertut, gewinnt Gryffindor dieses Spiel. Ja, und das, obwohl Ron ja ziemlich grottig gespielt hat, weil er sich eben so von diesem Lied hat beeinflussen lassen. Und nach dem Spiel geht Draco ja auch weiterhin darauf ein. Er behauptet ja, er wollte eigentlich noch eine Strophe über Molly singen, aber er hätte einfach keine Reime auf fett und hässlich gefunden und auch nicht auf nichtsnutziger Verlierer. Das wollte er nämlich für Arthur benutzen. Ja, und das ist natürlich auch wieder so eine kleine Kackaktion, weil was haben Arthur und Molly jetzt überhaupt mit Rons Quidditch-Leistung zu tun? Das ist ja einfach nur wieder, um besonders tief zu bohren, weil er ja auch weiß, dass Ron das ja triggert. Ja, Dracos Intention ist ja einfach, wieder nur so vielen Leuten wie möglichst weh zu tun. Und das klappt ja leider auch, weil Fred und George kriegen das Ganze ja mit und wollen sich dann ja auch auf Draco stürzen. Draco belässt es ja auch nicht bei Arthur und Molly, sondern er beleidigt natürlich auch noch das Haus der Weasleys, wie schon so oft davor. Harry verbringt ja auch die Ferien bei den Weasleys, das scheint auch an Draco nicht vorbeigegangen zu sein. Allgemein beleidigt Draco dann alle Muggel und deren Häuser. Also ich meine nicht, dass Draco wüsste, wie Muggel leben, aber okay. Er zieht da quasi alles mit rein und dann eben auch noch Lily, also Harrys tote Mutter. Und dann hat er irgendwie die ganze Palette vollgemacht mit extrem verwerflichen Beleidigungen gegen seine Mitschüler. Ja, er provoziert halt und provoziert und provoziert. Er hört einfach nicht auf. Also er lässt es gar nicht sein. Normalerweise hat er ja immer so eine Sache, woran er sich festhält und dann lachen alle und dann ist gut. Aber diesmal geht er echt von einem zum anderen Punkt und also klar ist er kein guter Verlierer und ja, es ist total ärgerlich, wenn man so einen sportlichen Wettkampf verliert, gerade wenn das so der Erzrivale ist. Aber sorry, er ist jetzt wirklich alt genug, und vor allem, wenn du in einem Team sein willst und sportlich sein willst, so ein bisschen Fairness und auch Fairplay und auch verlieren können, müsste eigentlich Grundvoraussetzung sein, um an einem Wettkampf unter Schülern teilnehmen zu können. Ja, weil er macht den anderen jetzt ja wieder einfach nur den Sieg kaputt, weil er eben der Verlierer ist, er muss das wieder kompensieren. Wie so ein Kind. Und er sieht ja schon, die sind schon so sauer, die wollen sich auf ihn stürzen, das nimmt er ja wahr und er provoziert sie auch wirklich so lang weiter, bis sie sich ja wirklich auf ihn stürzen und als hätte er einfach danach gefragt, so von wegen, ja Leute, bitte, bitte, verprügelt mich hier, ich sag noch dies, ich sag noch das, also wirklich auch einfach total doof und auch das zeigt ja wieder nur, wie mickrig sein Charakter ist, weil man kann doch ein schlechter Verlierer sein und mal einen Spruch bringen, okay, das ist schon schlimm genug, aber dann geht man doch einfach. Also warum muss man es so auf die Spitze treiben, bis man, sorry, dass ich es sage, wirklich mal aufs Maul bekommt. Ja, genau. Melfall geht dann ja auch zu Boden und krümmt sich auf den Boden, er wimmert vor sich hin. Also ich glaube nämlich auch, dass er kein sehr tapferer Gegner ist, sondern auch ziemliche Heulsusen. Kennen wir ja aus dem dritten Teil von Seidenschnabelprügelei und so. Ja, und er blutet auch aus der Nase, Antonia, ja. Also bitte. Ja, okay, sorry, das ist natürlich schon übel. Er hat jetzt so viele Provokationen losgelassen, blutet jetzt aus der Nase, da ist es natürlich auch ein bisschen schwierig, klar. Aber vielleicht hat er ja das Ganze auch nur so hochkochen lassen, weil er irgendwie gehofft hat, dass es einen Lehrer mitbekommt. In dem Fall ist es Madame Hooch. Die schickt die betreffenden Schüler zu den Hauslehrern, die das ja normalerweise lösen würde. Aber in dem Fall mischt sich auch noch Umbridge ein und bestraft die Zwillinge und Harry. Die bekommen Nachsitzen und lebenslanges Quidditch-Verbot. Ja, während Draco wahrscheinlich keine Strafe bekommt. Ja, würde ich auch sagen. Fair alles, super. Ja, aber gut, was sollen wir machen? Das gehört eher in Snapes Folge, ne? Ja, bei der nächsten Stunde Pflege magischer Geschöpfe ist Hagrid ja wieder da. Und Draco zeigt hier wieder sein wahres Gesicht und zwar das Gesicht des Angsthasen. Denn Hagrid will ja mit den Schülern in den Wald gehen, weil die Kreaturen, die er vorstellen möchte, es eben gerne dunkel haben. Und da bekommt es Malfoy mit der Angst zu tun. Er fragt mehrmals, was genau sie denn heute behandeln. Und natürlich hat er ja auch Angst vor dem Wald, weil das letzte Mal, als er dorthin musste, kam es ja zu dem traumatischen Erlebnis, dass er Voldemort gesehen hat, wie er einem toten Einhorn gesüppelt hat. Also man kann es ihm nicht verübeln, dass er da so ein bisschen vorsichtig ist. Ja, aber das hatten wir ja auch in anderen Stunden pflege magischer Geschöpfe schon gesagt, der Ton macht die Musik. Dass er berechtigte Fragen hat, das ist okay. Ich zum Beispiel, ich finde es nämlich auch bedenklich, Tiere zu besprechen. Also in dem Fall sind es Zestrale, die eine halbe Kuh verspeisen, weil zu kurz zur Situationseinordnung, der Hagrid hat da so eine halbe Kuh über der Schulter, der trägt die in den Wald. Das ist quasi das Lockmittel für die Zestrale. Dann kann ich das schon verstehen, das finde ich auch gruselig. Aber er macht das eben wieder auf seine arrogante, abfällige Art und Weise. Das ist wieder falsch, weil ein Lehrer ist eine Respektsperson und da muss man sich eben auch entsprechend verhalten. Ja, und ich meine, Harry findet das ja auch ein bisschen lustig, dass Draco da so ein bisschen Angst hat. Er lächelt so ein bisschen in sich hinein und dann denke ich mir so, das ist ja aber noch harmlos. Ich meine, wenn wir die Situation mal umdrehen würden und Harry hätte so ein bisschen Schiss, dann würde Draco das ja gnadenlos ausnutzen und sich lauthals über ihn lustig machen. Das ist doch quasi das Pendant dazu, wenn Snape Harry wieder auflaufen lässt. Und da lacht Draco sich doch auch jedes Mal tot und kichert da so von sich hin. Und ja, also ich weiß nicht. Ja, Draco kann die Testrale ja nicht sehen, weil er hat ja nie jemanden sterben sehen. Deswegen verhöhnt er Hagrid ja dann auch, als wäre dieser bekloppt geworden, bis sich ja herausstellt, dass wirklich einige die Testrale sehen können. Dass Umbridge ausgerechnet diese Stunde von Hagrid besucht, freut Draco sicher. Denn wie wir jetzt gerade schon gehört haben, liefert Hagrid ja nicht so wirklich gut ab. Harry ist irgendwie ein bisschen cute, weil er dann denkt, dass Draco ein Gesicht macht, als ob Weihnachten einen Monat früher gekommen ist, weil Umbridge dann unprofessionellerweise wohlgemerkt die Bewegungen von Hagrid so nachahmt. Und da kann Draco sich natürlich auch nicht mehr halten. Das ist total witzig. Ja, sie tut ja so, als wäre Hagrid so beschränkt und würde sie gar nicht so richtig verstehen und so. Und Draco beömmelt sich dann da mit Pansy total drüber. Ja, er bestätigt quasi das, was Umbridge sagt ja auch noch so ein bisschen, weil er ja dann noch erklärt, dass man Hagrid ja sowieso nicht so gut verstehen kann, wenn er spricht. Und das notiert Umbridge natürlich auch sehr gern. Also die spielen sich da so ein bisschen gegenseitig in die Karten. Malfoy, Umbridge, Umbridge, Malfoy, die sind wahrscheinlich beide höchst amüsiert. Und er macht das sich dann ja auch noch mal so ein bisschen drüber lustig, von wegen Ron würde ja nicht mal den Quaffle sehen, deswegen würde er ja auch die Testrale nicht sehen. Was ja aber auch wieder super taktlos ist, weil jeder, der eben ein Testral sehen kann, hat ja auch einen sehr hohen Preis dafür bezahlt. Die haben ja jemanden sterben sehen. Das ist eigentlich nichts, worüber man sich lustig macht. Ich finde es ziemlich grenzwertig. Und woher weiß denn Draco so genau, dass Ron die Testrale nicht sehen kann? Ja, wahrscheinlich aufgrund auch der Reaktionen, ne? Ja, aber vielleicht kennt Ron, ist ja kein Muggelkind. Ja, ja, aber die sprechen ja darüber. Ja, aber hat jeder Schüler gesagt, ich kann die sehen und ich kann die nicht sehen? Musste jeder Schüler das sagen? Ja, ich glaube, die, die den sehen, mussten sich melden. Ja, es stellt sich nämlich dann heraus, der und der und der kann die sehen. Ja, okay, das kann ja sein, aber es kann ja auch sein, woher sollte Draco hundertprozentig sicher sein, dass das alles die Wahrheit ist? Und dass er Ron da nicht, also, mir geht es ja um das Taktgefühl, das Draco nicht besitzt. Aber es könnte ja auch sein, dass Ron einfach nichts gesagt hat aus Scham, weil wenn du zugeben musst, dass du jemanden hast sterben sehen, dann vor allem, dann musst du ja eventuell Leute rückfragen. Ja, die hat Umbridge. Umbridge ist ja total taktlos und quetscht dann Neville auch so aus und so. Genau, aber dann sagst du doch vielleicht lieber, nee, ich kann die nicht sehen und hoffst, dass es keiner merkt. Ja, aber ich glaube auch anhand der Reaktion, ne? Also, ich glaube, die, die Testrale sehen, reagieren ja ganz anders, so. Weil denen ist ja das ja nicht bewusst bis dato, dass die anderen sie die vielleicht ja nicht sehen. Aber es kann doch nicht sein, dass noch nie ein Fünftklässler zuvor was von Testralen gehört hat. Das ist ein ganz normaler magischer Tierwesen. Ja, aber die sind ja nicht so häufig und vor allem in so einer Herde im Wald. Ja, aber anscheinend gibt es die in Hogwarts und dann werden die ja wohl, ist Hagrid der Erste, der Testrale bespricht. Ist das kein Tier, was man sonst im Unterricht bespricht in Hogwarts? Nee, weil die nämlich als sehr gefährlich eingestuft sind. Das ist ja auch das Problem, was Helmine in dieser Stunde sieht, weil ja Umbridge genau diese Stunde auch noch beurteilt, weil das eigentlich Stoff für, wenn dann erst Siebtklässler wäre, wenn überhaupt. Aber wie, dann habe ich noch eine Frage. Wenn das so gefährliche Tiere sind, die man sehen kann oder auch nicht, das liegt ja dann sehr, sehr individuell. Wie kann es dann sein, dass man dann einfach siebenjährige Hogwarts sagt, das ist jetzt hier zu gefährlich für Schüler, macht das mal später, wenn ihr alleine seid? Ja, also ich weiß auch nicht, vor allem sie ziehen ja auch die Kutschen. Ja, also es macht nicht so richtig Sinn. Die Heimler sind theoretisch mit Schülern ständig Kontakt. Ja, weil die halt sagen, Hagrid hat die einzig dressierte Herde in Großbritannien oder was. Ja, ja, aber trotzdem. Ja, also ich vermute einfach, dass er da den Antrag gestellt hat oder so und gesagt hat, wir machen das jetzt hier, weil die haben die Tiere ja vor Ort. Aber wie gesagt, wenn dann, glaube ich, erst in der siebten Klasse, wird gesagt, sechste oder siebte. Auf jeden Fall ist das UTZ-Material und nicht ZAG-Material. Okay, das ist Hagrid keine Ahnung von Schulplanern. Das wissen wir ja. Aber ich fände es jetzt sehr merkwürdig, wenn Hogwarts Testrale zur Verfügung hatte, irgendwie auch die ganze Zeit schon. Ja, weil die Testrale leben ja schon die ganze Zeit, auch bevor Hagrid Lehrer geworden ist da. Dann zu sagen, okay, nee, machen wir nicht. Und das ist jetzt quasi der erste Jahrgang, mit dem das gemacht wird. Zu früh oder nicht, ist ja egal. Dann ist keiner auf Testrale vorbereitet. Also ich habe ein Problem damit, muss ich ehrlich sagen. Also ich glaube, Testrale sind so scheu, dass man die eben in der Regel nie begegnet. Ja, aber dann musst du die anders durchnehmen im Unterricht. Und wenn die so gefährlich sind, dann musst du vielleicht Verteidigung gegen die dunklen Künste, die besprechen. Wenn du da Irrwichte machst, kannst du auch Testrale da machen. Ja, vielleicht werden die ja auch, das kann ja durchaus sein, die sind ja auch in Schulbüchern vertreten. Also theoretisch werden die wahrscheinlich sowieso besprochen. Ja, also das ist doch richtig. Aber halt, dass du die im Wald triffst, muss ja vielleicht nicht unbedingt vorgesehen sein. Nee, das muss vielleicht nicht sein. Aber das ist ein Teil des Unterrichts. Das finde ich sehr wichtig. Ja klar, die haben doch auch das Buch von Newt Scamander und da sind die Testrale ja auch drin. Also auf Papier werden sie die auf jeden Fall durchgesprochen haben. Ja, das ist genau, das ist auch richtig. Und ob die jetzt gesehen werden müssen wir nicht. Aber dann, weil das eben so ein problematisches Tierwesen ist, aufgrund der Problematik, ob du sie sehen kannst oder nicht, dann müsste das vielleicht auch anders begleitet werden. Und dann können so Äxte im Wald wie Malfoy einfach auch mal die Klappe halten. Und dann muss das auch anders. Aber dass das Umbridge nicht interessiert, das wissen wir. Aber ich finde auch, Hagrid macht das nicht optimal. Also es ist ein schwieriges Tier. Nee, weil man hätte auch von vornherein sagen sollen, dass man Rücksicht auf die nehmen soll, die die Testrale eben sehen. Genau. Und es wird ja überhaupt nicht vorbesprochen, dass das auch ein belastendes Thema ist. Also gerade auch für Harry, ja? Genau. Der ja einen Mitschüler hat. Also das ist ja jetzt nicht wie bei Neville, der irgendwie dabei war als sein Onkel, das Zeitliche segne, weil der vielleicht alt war oder krank oder was auch immer. Ja, sondern der hat ja einen Mord beobachtet. Das ist super unsensibel von Hagrid in erster Linie. Aber auch eben diese begleitenden Gespräche hätte man ja auch mal führen können. Aber gut, dass das Draco völlig egal ist, ist ja klar. Also was erwarten wir hier von ihm? Müssen wir nochmal eine Testreifolge machen, und dann können wir das ganz ausführlich besprechen. Ja, das ist aber auch ein ganz schwieriges Thema hier. Ja, das stimmt, aber auch sehr interessant. Ja, auf die Gegendarstellung von Harry, die erscheint ja im Klitterer, reagiert Draco dann natürlich sehr reserviert. Das findet er nämlich gar nicht so lustig. Er steckt in der Bibliothek die Köpfe mit seinen Freunden zusammen und irgendwie jetzt auch mit Theodore Knott, weil Harry da natürlich quasi seine Wahrheit preisgibt, die auch richtig ist. Das ist die Realität. Und als Harry so durch die Regale geht, werden sie natürlich auf Harry aufmerksam. Und Goyle ist dann wieder sehr drohend unterwegs. Und Malfoy schafft es aber nur so ein bisschen zu wispern. Also ich glaube, der ist schon ein bisschen erschreckt, verschreckt, unsicher. Ja, auf jeden Fall. Weil das ja schon krass ist. Ja klar, weil er ja auch weiß, also er hat Muffensausen. Ja, genau. Weil das natürlich bedeutet, dass seine Familie jetzt durchaus Probleme bekommen könnte. Und selbst wenn es jetzt nicht so ist, oh, er wird jetzt direkt festgenommen, weil Harry irgendwas gelabert hat, darum geht es ja gar nicht. Sondern es ist ja auch eher so ein bisschen der Ruf der Familie, der ja auch irgendwie im Ministerium vor allem darunter leiden könnte. Und das ist ja auch ein wichtiges Instrument, was Lucius für Voldemort benutzt. Deswegen wäre das schon schwierig, wenn das jetzt leidet. Aber ich finde es interessant, dass Draco das anscheinend jetzt diesmal in einem anderen Kontext auch versteht. Dass es jetzt ernst ist, ne? Also er bemerkt, dass quasi, wenn andere solche Informationen preisgeben, ich meine, klar hat er nie gesagt, mein Vater ist ein Todesser. Aber er hat ja trotzdem sehr sensible Informationen quasi durchsickern lassen. Ja, und seine Reaktion, finde ich, zeigt auch, dass es sehr stimmt. Weil sonst könnte man Harry ja wieder auslachen und sagen, boah, du bist so dumm, was redest du da oder so. Ja, genau. Nee, aber die Art, wie er reagiert, ist ja eigentlich voll das Eingeständnis. Er ist irgendwie nicht sehr ... Durchdacht. Ja, und er ist sehr gut durchschaubar. Ja, aber es ist ja auch vielleicht so eine Panikreaktion, dass er da jetzt nicht sein Pokerface bewahrt, weil, klar, es ist ja einfach bedrohlich, die Situation. Crabbe und Goyle oder vor allem Crabbe können sich ja auch nicht zurückhalten und dass Theo oder Not jetzt plötzlich da mit rumhängt und dass die jetzt plötzlich da so zusammengesehen werden, was ja normalerweise nicht so üblich ist. Not sehen wir ja nicht so häufig bei Malfoy und Crabbe und Goyle. Das ist doch vielleicht auch ein bisschen verdächtig und da könnten doch auch mal andere auf die Idee kommen und sich so überlegen, so, hm, vielleicht ist da doch was dran. Aber tut ja irgendwie keiner. Aber deswegen ist es ja wahrscheinlich für Draco eine umso größere Genugtuung, dass er es ausgerechnet ist, der Harry schnappt, als die DA aufliegt. Aber mehr als 50 Punkte für Slytherin hat Draco davon ja auch nicht. Denn Harry entkommt ja auch diesem ganzen Drama dank Dumbledore, der ja dann alles auf sich nimmt und flieht. Weil er ja jetzt Teil des Inquisitionskommandos ist, darf er jetzt auch anderen Vertrauensschüler Punkte abziehen. Das erklärt er einmal Gryffindor und Hufflepuff. Ja, weil dann normalerweise ist ja so, dass Vertrauensschüler, anderen Vertrauensschüler keine Punkte abziehen dürfen. Und dann zieht er wahllos einfach fünf Punkte ab, weil Ernie McMillen sich quasi über Umbridge aufgeregt hat. Fünf, weil ihm widersprochen worden ist. Also es sind richtig random Punkte, die er da abzieht. Fünf zieht er Harry ab, weil er ihn einfach nicht leiden kann. Und ich glaube, solche Punkte, finde ich, sollten von den Stundengläsern geregelt werden, dass die nicht zählen, weil das ist so null hilfreich. Keine richtige Erklärung auch. Nee, genau. Fünf Punkte zieht er Ron ab, weil sein Hemd raushängt. Ja, okay. Als ob er da jetzt die Uniformpolizei ist. Ja, und am schlimmsten ist natürlich, dass er Hermine Punkte, sogar zehn Punkte abzieht, einfach nur, weil sie eine Schlammblüterin ist. Ich zitiere ihn. Und das finde ich einfach richtig krass, dass er sich da einfach so das rausnimmt. Und ich finde, solche Punkte dürfen nicht abgezogen werden. Das sind so persönliche Punkte, weißt du? Ja, genau. Es spricht umso mehr für unseren tollen Vorschlag, dass der sprechende Hut entscheiden sollte, was für Punkte abgezogen werden und wofür. Ja, und er lacht ja dann alle noch mal kurz aus und marschiert dann ganz glücklich wahrscheinlich davon, weil er sich denkt so, wow. Ich verstehe auch nicht, wie man diesem Jungen noch mehr Macht geben kann. Jetzt ist ja auch noch dieser Artikel rausgekommen. Und ich meine, klar, Umbridge entscheidet das, aber es ist auch wirklich grenzwertig, dass der jetzt noch mehr Macht über die anderen Schüler hat. Ja. Aber gut, Umbridge, was soll man dazu noch sagen? Es juckt die ja auch im Zweifel nicht. Hauptsache, die hat ihre Ruhe. Ja, na ja. Harry hat ja in der Zwischenzeit immer wieder Oklomantic-Unterricht bei Snape. Und einmal platzt Draco in eine Stunde rein, weil Snape sich um Montague kümmern soll, der ja im Verschwindekabinett gefunden wurde, nachdem die Zwillinge ihn da reingesteckt haben. Und Draco wundert sich dann ja ein bisschen, dass Harry gerade bei Snape ist. Und Snape erzählt Draco, dass Harry Zaubertränke-Nachhilfe hat. Und das findet Draco ja auch wieder super lustig. Super witzig. Ich finde das jetzt aber eigentlich nicht sonderlich dramatisch. Ich meine, passiert das nicht vielleicht häufiger mal, dass Kinder Nachhilfe haben in irgendwelchen Fächern? Also ich finde es ein bisschen komisch, dass man Nachhilfe direkt beim Lehrer hat, muss ich ehrlich sagen. Ja, das stimmt. Es sollte eigentlich so ein Tutor geben aus einem älteren Jahr. Genau, dass jemand vom vorigen Jahr oder noch eins darüber oder immer aus dem letzten Jahr dann quasi mehrere Schüler noch mal da anleitet. Das fände ich jetzt logischer. Aber irgendwie scheint das ja schon gang und gäbe zu sein, weil Draco sich ja jetzt nicht irgendwie doll darüber wundert. Also er findet es einfach nur witzig. Ja, aber Harry nimmt das ja auch wieder sehr persönlich. Denen gibt es jetzt schon, dass Draco das denkt. Wo ich mir denke, hast du keine anderen Sorgen gerade? Also Harry hat definitiv andere Sorgen. Ja, ich weiß auch nicht. Ja, aber er kümmert sich dann da immer nur um Draco. Warum? Ja, keine Ahnung. Immerhin Ron nimmt Draco die Genugtuung über diese Skidditch-Debakel, weil im nächsten Spiel der Gryffindors zeigt sich Ron von seiner besten Seite und Dracos Lied wird dann einfach zugunsten von Ron umgedichtet zu einer Lobeshymne auf Weasley, den King. Damit hat er nicht gerechnet. Nee, das denke ich auch. Und dann, das finde ich ganz gut, weil damit nimmt man ihm ja auch so ein bisschen die Munition, ne? Ja, genau. Den Wind aus den Segeln, den sprichwörtlichen. Ach, das ist auch schön. Ja, das finde ich gut. Ich wollte den Pfeffer aus der Mühle sagen, aber irgendwie hat es auch nicht so richtig gepasst. Finde ich aber eigentlich ganz gut. Könnten wir mal einführen. Ja. Vor den ZRGs macht Draco natürlich noch ein bisschen schlechte Stimmung, denn er zählt wie aus dem Zitat am Anfang herum, dass es nicht wichtig ist, was man weiß für die ZRGs, sondern nur, wen man kennt. Da möchte er natürlich erstmal auch mit wahrscheinlich andeuten, dass er dadurch, dass er jeden kennt, die besten Verbindungen hat, gerade durch seinen Vater und dass er deshalb das quasi nur noch eine Formsache ist. Er prallt dann ja auch immer, ich hasse das, wenn er immer am Anfang, mein Vater ist seit Jahren mit der Leiterin der Zauberbrückungsbehörde befreundet. Befreundet vor allem, als er Lucius Malfoy Freunde hat. Und dann sagt er noch so, die gute Griselda Marchbanks. Ja, klar, sie war schon bei uns beim Abendessen. Da hat er ganz tief in die Trickkist gegriffen. Ja, aber wirklich. Darf ich ganz kurz auch noch mal eine Frage stellen? Und zwar, seit wann gibt es eigentlich so ein Prüfungskomitee? Das ist jetzt neu. Das passiert ja manchmal. Ist das vom Ministerium? Ist das von Hogwarts so? Warum haben wir davon noch nie gehört? Und wo können wir das einordnen? Vielleicht gibt es ja wirklich noch ein Bildungsministerium oder so. Das wäre ja, wow, sehr fortschrittlich. Das heißt, es ist quasi nur einmal erwähnt worden in sieben Bändern. Ja, richtig. Okay, schade. Ja, aber Neville kann das Ganze ja ganz gut widerlegen. Das finde ich lustig, dass es Neville ist. Weil er selbst ja die Marchbanks ganz gut kennt, wegen seiner Oma. Und ja, das ist ja für Malfoy ein bisschen peinlich. Aber Neville reitet ja nicht groß drauf rum. Er könnte das ja auch mal voll ins Gesicht sagen. Aber er erzählt das ja nur seinen Freunden. Sehr bescheiden. Finde ich auch. Aber ich finde es schön, dass wir quasi das wissen über Draco. Ja. Da haben wir auch die Nase vor an Draco gegenüber. Das stimmt. Professor Marchbanks ist es ja auch. Warum die jetzt Professor heißt, weiß ich nicht genau. Aber das ist quasi genau die Frau, über die er vorher gesprochen hat, nimmt Draco dann die Zauberkunstprüfung ja auch ab. Und er muss ein Weinglas schweben lassen. Ich finde, das ist voll die einfache Übung für ZHG, oder? Fünfte Schuljahr, ja. Ich hoffe, das steigert sich noch ein bisschen im Laufe der Prüfung. Vielleicht ist da irgendwas noch drin oder so. Ich weiß nicht genau. Also ich finde es auf jeden Fall super leicht. Das Weinglas geht allerdings kaputt, also es fällt zu Boden, als Harry von seinem Prüfer als der berühmte Harry Potter angesprochen wird. Ich weiß auch nicht, warum Draco sich da nicht auf sich konzentrieren kann und warum er wieder mit seinem Kopf bei Harry ist. Das hat ihn doch überhaupt nicht zu interessieren. Ja, genau. Er wirft Harry so einen vernichtenden Blick zu, wo ich mir denke, aber der Einzige, der gerade sich selbst vernichtet, bist du. Ja, genau. Und vor allem glaube ich auch, das gibt richtig Ärger, wenn das jemand zu Hause erfährt, dass er, weil Harry da jetzt die Prüfung beginnt, das Weinglas fallen lässt und so. Und das bei so einer einfachen Prüfungsaufgabe. Also das ist wirklich. Also ich finde es peinlich. Ja. Da muss man doch mal kurz sein Gehirn anstellen. Aber es ist natürlich auch ein bisschen ungünstig, dass man die Prüfungen von anderen Schülern alles mitbekommt. Ja, das finde ich auch. Also für Leute, die sich schlecht konzentrieren können, das ist wirklich ein Horror. Das wäre ja so, als wenn Leute in meiner mündlichen Prüfung bei Geschichte mitgesessen hätten, die, also Schüler. Ja, die gleichzeitig auch die Prüfung haben, so Tisch an Tisch. Ja, genau. Und während du erzählst, erzählt am Nachbartisch jemand anderes. So, hallo, ich muss erst mal meine eigenen Gedanken hören. Ja, genau. Nee, Gott sei Dank. Nee, das geht ja, das geht wirklich gar nicht. Tja. Aber wir sind hier in Hogwarts und viele Dinge sind möglich oder auch nicht. Das ist ganz drauf an. Am Ende des Schuljahres schnappt sich das Inquisitionskommando Harry und die anderen, die ihm geholfen haben, in Umbridge Büro einzudringen. Und Draco lehnt dann ganz lässig am Fensterbrett und beobachtet die Situation, während er Harrys Zauberstab in die Luft wirft und ihn wieder auffängt. So richtig cool. Und er lacht halt die ganze Zeit so richtig eklig über Umbridges Witze. Das ist wirklich sehr unangenehm. Also er fühlt sich echt so richtig geil. So richtig geil. Draco wird dann geschickt, um Snape zu holen. Dann, da habe ich eine Frage, Malfoy steckt dann Harrys Zauberstab in seinen Umhang. Warum darf ein Schüler eines anderen Schülers den Zauberstab behalten? Ja, weil er im Inquisitionskommando ist. Ich finde, das reicht nicht. Das ist doch, das ist doch. Das stimmt, das ist grenzüberschreitend, ja. Also das finde ich wirklich, vor allen Dingen, also. Das ist Umbridge, ganz einfach. Dass es die Erklärung ist, das ist Umbridge. Weil das ist ja, also gerade der Zauberstab ist ja das Persönlichste und Wichtigste, was du in Hogwarts benötigst oder in der Zaubererwelt, um zu überleben. Ja. Und da finde ich, ist das ein bisschen viel dann, dass der den einfach einstecken darf. Dass das später im Kampf passiert, okay, das ist was anderes. Aber wir sind hier immer noch in Hogwarts. Egal, das hat mich ein bisschen gestört, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Und ich finde es auch, wenn man das so als Bild quasi sieht, dass Malfoy jetzt so viel Macht über Harry hat, weil er eben seinen Zauberstab hat. Und das finde ich schon sehr krass, muss ich sagen. Naja, Malfoy ist erfolgreich. Er kann Snape finden, natürlich. Und es wird natürlich klar, dass Umbridge wohl keine andere Wahl hat, als den Croceatus anzuwenden, weil Snape eben ihr nicht aushelfen kann mit Veritaserum. Umbridge muss Harry natürlich zum Reden bringen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich auch ein bisschen gestolpert, weil Draco schaut Umbridge mit hungrigem Blick an. Ekelhaft, oder? Genau, weil Umbridge ist kurz davor, Harry zu foltern mit dem Croceatus-Fluch. Und Draco guckt sie so an. Und da denke ich mir so, was ist bei dir schiefgegangen? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ich habe auch, hier steht wirklich original, sag mal, geht's noch? Bei mir steht, so abstoßend. Ja, dann dachte ich mir erst mal so, sie ist ja total lala, das vor so vielen Zeugen zu sagen. Ja, total. Und dann, wieso findet Malfoy das so geil? Also warum findet ihr das so toll? Und vor allem hungrig, das ist ja nicht mal irgendwie amüsant oder so. Nee, hungrig. Das ist wie so ein Vampir, der auf Blut geiert. Wirklich ekelhaft. Also verstehe ich auch nicht. Hermine lenkt dann Umbridge Aufmerksamkeit ja dann ganz geschickt auf Grob und lenkt quasi von Harry ab. Grob ist ja im verbotenen Wald. Malfoy bietet dann natürlich auch noch an, dass Schüler vom Inquisitionskommando, das ist nämlich super wichtig, doch noch sie begleiten sollten. Aber Umbridge lehnt es ab, weil sie sagt, ja, ich werde ja wohl mit Schülern und Zauberstab klarkommen. Ich weiß es nicht, naja, Malfoy sieht dabei aber bei der Antwort quasi sehr beleidigt und enttäuscht aus. Also eigentlich hatte er wahrscheinlich gehofft, dass er so ein Stein im Brett bei Umbridge hat, dass er da jetzt mitlaufen darf. Dass sie sagt so wie, danke Draco, das ist so eine gute Idee. Vielen Dank, dass du mich begleiten möchtest. Ja, aber es wundert mich ein bisschen, dass er nicht Umbridge heimlich gefolgt ist. Vielleicht hatte er dann doch so große Angst, erwischt zu werden. Das kann sein. Aber ich glaube schon, dass er alleine auch, um das Interesse seines Vaters so ein bisschen zu stillen, schon sehr interessiert daran gewesen wäre, was sich hinter dieser ominösen Waffe versteckt von der Hermine da die ganze Zeit redet. Deswegen wundert es mich ein bisschen, dass er die nicht verfolgt. Ja, oder er hat halt nicht so richtig begriffen, an welchen Punkten er ansetzen sollte und an welchen nicht. Und hat jetzt quasi den Punkt, wo er hätte wirklich was für seinen Vater tun können, anstatt ihn vielleicht aus Versehen auszuplaudern, hat er diesen Punkt verpasst und checkt da nicht und denkt sich so, naja, okay, dann halt nicht, dann schmolle ich halt hier rum. Weil, dass er charakterlich nicht sehr stark ist und ich glaube, er erholt sich auch von solchen Rückschlägen nicht so schnell. Ich glaube, das nagt an ihm und seinem Ego vor allem, sodass er nicht sofort umschalten kann und sagen kann, okay, sie hat Nein gesagt. Aber für uns zu Hause ist es trotzdem wichtig, ich überlege mir was. Sondern ich glaube, der ist dann einfach im Schloss geblieben und schmollt. Also bockig einfach. Und ich glaube auch genau, dass dieses Verhalten, dieses bockige, gekränkte, dieses blöde Umbridge, dass das auch dazu führt, dass die ganzen Slytherins sich da übers Ohr hauen lassen von den DA-Mitgliedern. Ja, wahrscheinlich. Weil die können sich ja befreien und Draco bekommt von Ginny ja diesen Federwichtfluch ab. Und ich glaube wirklich, dass es diese Fahrlässigkeit ist, dass er jetzt gerade da so rum blödelt, weil er halt gekränkt ist. Am Ende des Schuljahres ist Draco natürlich alles andere als glücklich darüber, dass durch Harrys Zutun und dem Kampf in der Mysteriumsabteilung Lucius Malfoy geschnappt worden ist, also Dracos Vater. Er sagt dann auch, und ich zitiere hier nochmal, Potter, du bist tot. Und das finde ich ziemlich krass, das so zu sagen, weil ich mir wieder sicher bin, wenn man jetzt überlegt, was diese Wörter tatsächlich bedeuten, dann finde ich, das sind sehr große Worte für jemanden wie Draco. Ja, weil vorher ging es halt immer nur um dieses Kindergartengedöns, immer dieses Provozieren und Mutter stinkt und so. Und jetzt plötzlich geht es halt hier um Mord und Totschlag und Rache vor allem. Und das ist natürlich jetzt schon ein paar Stufen höher. Das ist wohl richtig, aber Harry fühlt sich jetzt natürlich ein bisschen überlegen, weil offenbar kann man ihm jetzt glauben, Voldemort hat sich ja offenbart. Und Harry antwortet da nur sarkastisch drauf, das wird Draco natürlich auch nicht gefallen. Malfoy holt auch erneut aus und erklärt dann irgendwie, dass Lucius ja sowieso nicht lange im Gefängnis bleiben wird, weil die Dementoren Azkaban verlassen haben. Das ist klar, dass er das sofort wieder weiß, deshalb ist Lucius im Nu wieder draußen. Aber wahrscheinlich ist das eine logische Konsequenz. Ja, ich glaube, es hat auch seine Mutti ihm so ein bisschen erzählt, um ihn auch ein bisschen aufzumuntern und auch vielleicht um sich auch ein bisschen Hoffnung zu geben. Aber ich meine, sie haben ja nicht Unrecht damit. Also, dass die Dementoren die Seiten wechseln, ist ja recht offensichtlich eigentlich. Ja, und im Zug versucht Malfoy es dann ja auch nochmal, Harry heimzuzahlen. Nein, aber da werden er und seine Boys von den DA-Mitgliedern verflucht. Und wir kennen das ja schon, die landen wieder auf der Gepäckablage und dabei ähneln sie gigantischen Schnecken in Hogwarts-Uniform. Ja, und auch hier steigen die ja nicht rechtzeitig aus. Also, das hatten wir letztes Schuljahr schon, dass Narzissa da ja wahrscheinlich am Bahnsteig stand und gewartet hat und da kein Dre-Dre kam. Ja, das wird langsam zur Tradition hier. Tja, da hätte man ja dran arbeiten können, dass das keine Tradition wird, theoretisch. Das stimmt. Lag ja auch in Malfoys Hand. Hat da verpasst. Also, im Prinzip wären meine abschließenden Worte einfach nur das, was wir die letzten Jahre zuvor gesagt haben. Das ist einfach, dass er sich auch immer noch nicht weiterentwickelt hat und dass er immer noch genauso ein charakterschwaches Würstchen ist wie vorher. Ja, leider. Ja, wobei, also ich muss schon sagen, so ein bisschen Entwicklung sehe ich, weil ich glaube eben, dass dieser Druck, der jetzt zu Hause da ist, Draco schon irgendwo auch begleitet und im Laufe des Schuljahres ja immer schlimmer wird. Zumindest zu dem Zeitpunkt, wo der Artikel erscheint. Da ist Draco schon, also bekommt er schon Muffensausen. Muffensausen. Am Ende merken wir das ja schon. Das ist ja eine ganz krasse Veränderung bei Draco. Dieses von, ich gehe, äh, du bist voll doof und dein Freund Ron kann kein Quidditch spielen und deine Freundin Hermine ist ein Schlammblut. Geht das zu, ja, ich töte dich. Also, ich finde das ist schon, äh, also man steigert sich immer, es wird immer schlimmer. Draco bekommt immer mehr Macht, wird immer ekelhafter, immer rücksichtsloser und immer taktloser. Und, äh, am Ende droht er Harry ja wirklich so krass wie vorher noch nie, ne? Da ist jetzt kein Kindergartenkämpfchen mehr, sondern jetzt ist es wirklich, ähm, Rache und er will ihn tot sehen. Und, ja, das ist ja für einen 15-Jährigen schon sehr viel Gefühl, sag ich mal, was da in Draco steckt. Lässt er halt nur leider irgendwie falsch aus. Genau, also, was ich sagen wollte, war die Entwicklung, also es gibt keine Entwicklung in eine positive, erwachsenere, reifere Richtung. Sondern, ähm, er rennt quasi eigentlich immer noch in die komplett falsche Richtung. Nur, dass es jetzt extremer und radikaler wird. Und das ist ja auch keine positive Entwicklung, ja. Ja, und vor allem, jetzt gibt's auch kein Zurück mehr. Nee, ja, klar. Weil, klar, dadurch, dass der Vater jetzt weg ist, äh, weiß er natürlich jetzt auch genau, wenn er nach Hause kommt, ist er ja quasi das männliche Oberhaupt der Familie. Ähm, da sind ja auch Rollenbilder in der Familie, die kann man ja nicht so leicht, ähm, durchbrechen. Und, klar, Narzissa braucht, äh, einen starken Mann, der ihr sagt, wo es lang geht. Und das muss halt eben jetzt Draco übernehmen. Das sind natürlich auch Aufgaben, die seine Kompetenzen weit übersteigen, weil er ist ja nicht mal volljährig. Ja, er ist ja ein Kind. Ja, dass er damit überfordert ist, genau, er ist ein Kind. Und da kann man natürlich schon verstehen, dass er da sehr wütend ist, dass jetzt ja auch wahrscheinlich die Welt für ihn zusammenbricht. Und er ja auch wahrscheinlich selber gar nicht weiß, was das jetzt alles für ihn bedeuten wird in Zukunft. Und nichtsdestotrotz richtet er seine Wut ja gegen den Falschen. Weil nicht Harry hat seine Familie zerstört, sondern Voldemort. Ja, genau. Aber das checkt Draco ja nicht, weil er denkt, Harry war eigentlich das Opfer, aber jetzt ist mein Vater in Asgaban, also ist Harry schuld. Nee, Voldemort ist schuld, weil Voldemort Lucis unter seinen Fittichen hat. Aber ich finde es schon okay, dass Draco das nicht so ganz nachvollziehen kann. Ja, klar, weil er noch viel zu jung ist. Genau, er ist einfach noch ein Kind und nicht so weit. Und wie wir schon gesagt haben, er ist nicht reif für eine Beziehung mit einem anderen Menschen. Er ist kein guter Freund an sich. Loyalität, er setzt er wahrscheinlich voraus. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt nicht der loyalste Typ der Welt ist. Nee. Genau, er ist da noch nicht sehr weit gewachsen. Das stimmt. Das ist schade. Bei anderen Charakteren zu diesem Zeitpunkt sagen wir dann schon sowas wie, ja, das geht in die richtige Richtung. Aber das können wir leider nicht. Das stimmt. Naja. Dann kommen wir zur Eulenpost. Ja, so ist es. Ich habe eine Eulenpost mitgebracht und zwar von Juhu293. Und er oder sie schreibt, meine Lieben, danke für diesen Moment. Ich habe auch immer gedacht, die sagen auf. Alle anderen dachten, ich wäre bescheuert. Tatsächlich sagen sie bei der Synchro auf. Mit dem Bild spielen euch eure Ohren einen Streich. Man denkt, sie sagen auf, wegen dem Englischen ab. Schließt bei der Szene mal die Augen, dann versteht ihr auch auf. Ich finde das so lustig. Ich liebe diesen Kommentar. Ja. Weil ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich stimmt. Aber ich habe diesen Film schon so oft gesehen, wirklich so oft. Und ich höre immer auf. Das haben jetzt aber wirklich viele geschrieben, dass sie auch dachten, das wäre ein neues Wort mit auf. Also du warst wirklich nicht die Einzige. Ich finde das gut und ich werde auch weiter aufsagen. Ich werde das nicht 15 Jahre meines Lebens jetzt zurücknehmen. Nee. Aber ich habe mir auch fest vorgenommen, dass ich beim nächsten Mal wirklich mal die Augen schließe und mir das nochmal unvoreingenommen anhören werde. Ja, genau. So unvoreingenommen, wie ich eben sein kann. Aber ich akzeptiere, dass die aufsagen. Das wäre jetzt auch komisch, wenn ich das nicht akzeptieren würde. Wenn das aber offensichtlich, also wenn die das bei der Synchro schon so machen. Aber ich finde es halt lustig, dass so viele Gehirne, ist das nicht dieser Mandela-Effekt? Ja, das kann sein, ja. Wo quasi die Nicht-Realität abgespeichert wird bei ganz vielen unterschiedlichen Leuten. Und die dann fest der Überzeugung sind, ja, nee, das ist so gewesen. Das war so, ja. Und in dem Fall ja auch. Es gibt ganz viele Leute, die denken, das würde aufheißen. Jetzt ist das natürlich irgendwie noch visuell und auditiv irgendwie gesteuert mit dem Gehirn. Weil die ganzen Synapsen nicht zusammenarbeiten können bei vielen Leuten. Aber ich finde es richtig witzig. Das ist so cool. Das stimmt. Das ist wirklich witzig. Nee, ich finde es auch gut. Und dieser Tipp mit dem Auge schließen, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Wobei, ich mache ja eigentlich, ich bin ja, habe ja dieses Jahr meinen Harry Potter Marathon. Das ist ein bisschen viel. Doch, es ist ein Marathon. Das dauert sehr lang. Ich bin immer noch beim ersten. Also ich müsste jetzt den zweiten gucken. Das ist irgendwie auch noch nicht passiert. Irgendwas ist immer. Mach dir keinen Druck, du. Du hast Zeit. Du hast ganz viel Zeit. Ja, Gott sei Dank. Ich habe ja das Blu-Ray-Box-Set. Ich bin nicht mal darauf angewiesen, dass irgendeine Plattform es bereitstellt. Ja, das ist praktisch, ja. Ich habe die DVDs. Zur Not kann ich die auch noch irgendwie abspielen mit meinem Laptop. Ja, wie denn? Meine hat keine so eine Öffnung. Ich habe ein externes Laufwerk. Ach so. So ein externes Laufwerk. Ach so, so ein Laufwerk, ja. Ja. Ja, aber vielen Dank für eure ganzen Kommentare. Schreibt uns auch weiterhin fleißig bei Let's Cast oder bei Insta oder bei Spotify oder bei YouTube und Apple Podcast natürlich. Natürlich. Schaut auch auf jeden Fall bei unserem Merch-Shop vorbei. Den Link findet ihr, wie gesagt, unten in der Beschreibung. Wir freuen uns total, wenn ihr uns unterstützt und noch mehr, wenn ihr noch was postet. Und bald gibt es ja unser Postfach und da dürft ihr uns natürlich auch gerne eure Fanart zum Beispiel schicken oder gerne auch frankierte Umschläge, damit wir euch unsere Sticker endlich zuschicken können. Können wir. Ja, also es dauert wirklich nicht mehr lang. Wir sind in den letzten Zügen. Das sagen wir auch irgendwie gefühlt immer. Aber bleibt dran. Wir werden die Adresse bald veröffentlichen. Ja, also wir sind nur so schnell, wie die Post eben auch ist. Und die ist jetzt nicht so schnell. Die Bearbeitungszeit dafür ist schon sehr lang. Aber es ist auf jeden Fall alles schon abgeschlossen. Und wir warten quasi einfach nur auf den Schlüssel, dass man das eben auch betätigen kann, das Fach. Genau. Und dann freuen wir uns mega. Ich finde das richtig aufregend. Ich auch. Das ist irgendwie auch wieder so ein surrealer. Wir sind richtig professional, merkst du das? Ja, weiß ich nicht, dass wir nach drei Jahren erst damit anfangen. Ich kenne das wirklich so geil. So drei Milliarden Leute haben es schon vorgeschlagen und mal irgendwie überlegt. Und wir immer so, ja, das klingt ganz gut, machen wir bestimmt irgendwann mal. Aus irgendeinem Grund dachte ich aber auch, dass so ein Postfachmieten ultra teuer ist. Aber es ist nicht so teuer, es ist okay. Wir haben ja jetzt einen Merch-Shop, der deckt diese Kosten. Dann passt das. Ja. Dann haben wir da nicht so ein Problem. Das ist so eine Win-Win für alle, würde ich jetzt sagen. Das stimmt. Ich freue mich. Aber es ist halt auch mega cool. Und ich, und gerade Toni und ich sind so, so Sammler. Also auch so aus Schulzeiten, das haben wir ja schon ein paar Mal erwähnt. Wir haben halt noch so ganze Bücher und Gemälde und alles, was wir so von früher haben. So was heben wir auf und dann. Dann kannst du so eine Schokofrosch in Erinnerungbox machen. Ja, genau. Es ist halt auch so ein emotionales Ding. Wir sammeln emotionale Momente. Und wenn ihr jetzt emotionale Momente in ein Bild packt und es zeichnet und malt und bastelt und klebt und was auch immer. Und das uns schickt. Also wir wissen das auf jeden Fall zu schätzen. Ja. Und wir sammeln so. Also safe gucke ich mir das in 30 Jahren an und denke mir so, ach, damals. Und man darf ja auch nicht vergessen, wir sind ja auch eigentlich sehr intensive Brieffreunde. Das ist sehr intensiv. Aber alle Briefe, die du mir geschrieben hast, auch die habe ich alle noch. Die habe ich alle aufbewahrt. Ja, ich auch. In meiner Erinnerungsbox halt. Ja, und ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch irgendwann wieder auflebt. Bestimmt habe ich irgendwann. Aber ich habe jetzt, ich weiß gar nicht, hast du das immer reingeschnitten, dass ich deine Geburtstagsbox losschicken wollte? Ich glaube schon, ja. Ich habe die Geburtstags, Überraschung für Antonia, es ist jetzt November, aber das war noch im Oktober. Ich habe es noch im Oktober weggeschickt, aber es ist jetzt natürlich Feiertag. Ja, es ist unterwegs. Ich bin so gespannt. Das kommt ja dann bald. Also ich hatte schon gehofft, dass es eigentlich am Dienstag schon da war, aber die Deutsche Post hatte ich ja vorhin schon ein bisschen kritisiert. Ja, aber durch den Feiertag sind die natürlich immer ein bisschen durcheinander und dann müsstest du es eigentlich morgen auch machen. Ja, dann bin ich aber sehr gespannt. Cool. Ja, ich freue mich auch schon. Freue ich mich. Zucke dein Handy, wenn du es öffnest. Ja, mache ich. Ich werde dich dran teilhaben lassen. Unboxing. Geburtstagsgeschenk. So machen wir das. Ja, sehr cool. Ja. Und dann haben wir es geschafft für diese Woche. Genau. Nächsten Mittwoch gibt es wieder eine Schokotratsch-Folge von uns. Wir wissen auch schon, was wir machen und es wird euch gefallen. Ihr wisst es nicht, aber bald wisst ihr es auch. Ich dachte nicht. Ich flex hier so ein bisschen. Ja, dann habt noch eine schöne Woche und macht's gut. Tschüss. Tschüss. Und weil es so lustig war, hier noch ein paar Outtakes. Beinander Küche. Die Spülmaschine. Ach, ich dachte, das wäre eine Klospülung. Ja, du siehst mich immer FaceTime, ich sitze mich auf dem Klo. Okay. Das ist jetzt der Abpump-Teil der Spülmaschine. Ich liebe es. Ich kann das ja mal so vorlesen, wie es hier steht, weil das ist immer das Beste, wenn ich das mache. Vor Ambridge, schlecht. Das macht ja gar keinen Sinn. Das ist ja gar nicht mehr die gleiche Szene. Was habe ich hier für eine tolle Überleitung. Hast du noch was zum Quinten-Schneiden? Ja, nur, dass er sich auch erstmal über Harrys Narbe noch kaputt macht. Ach so. Kaputt macht. Ja, dann mach du dich auch mal über Harrys Narbe kaputt. Ähm, Majora. Letztlich greift, äh, greift. Ähm, Majora. Das, nee, warte. Doch, nach einmal über Harrys Narbe. Letztlich, ja, ich habe diesen Satz nicht zu Ende geschrieben, jetzt weiß ich nicht mehr, wie es war. Ich weiß nicht mehr. Und nach, ähm, ne. Ähm, Majora. Schließlich sehen beide Sucher den Satz und, oh Mann, ey, ich habe keinen Bock mehr. Ähm, Majora. Als die DA, als die DA, die DA? Ja. Als die DA aufliegt. Das klingt so komisch, die DA. Die DA, die DA. Ähm, oder? Was, was nochmal postet? Ja, die Bilder, wenn die was bestellt haben. Ach so. Das war halt, was sollen die denn nochmal, haben die was gepostet? Nee, das, das war jetzt so ein Druck auf dich. Du sollst jetzt mehr posten, Amba. Ach so. Nein, das habe ich auch nicht gedacht, aber ich dachte so, hey, haben wir, haben wir schon mal aufgerufen, dass die was posten? Habe ich wieder, ich meine, das kann ja schon passieren, dass ich was verchecke, denn das ist jetzt, dass ich nicht immer alles unter Kontrolle habe, das wissen wir ja alle. Also, ich weiß nicht. Also, es ist jetzt auch nicht einmal Produktion.